so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die jing und die jang so jetzt muss ich erst so nach diesem cut geht es weiter es war natürlich ein bisschen dumm die wegzurollen die muss man ja auch wiederholen ja nidl neuheit aus dem letzten jahr schon habe mir die aber erst mal dieses jahr zum ersten mal geholt weil ich dachte na gut jetzt muss ich es ja auch noch mal kaufen ich glaube letztes jahr waren sie dann sogar ausverkauft unkomfortabler weise beides sehr schöne fontänen batterien locker auch 200 gramm wenn ich sogar mehr 99 okay das ist ein verwundernswert die jingen hat auch 90 ja nichtsdestotrotz zwei wunderschöne fontäne mit einem richtig geilen überraschungseffekt und zwar diesen brachialen feuertopf vielleicht habt ihr das ja schon ein oder zweimal oder mehrmals gesehen bei irgendwelchen anderen youtuber auf jeden fall machen wir die jetzt zusammen und ich wünsche euch dabei viel spaß und jang war wie war das bei lidl richtig der kenner kennt sie ich kenne sie auch kaleidoskop und karneval heißt im original wir fangen mal an mit der jingen ich hoffe ich kann die gut filmen mit dem fangen sehr guten gut 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 Ah, es sagt doch Überraschungseffekt. Boah, Alter, das ist was für die Ohren, ey. Geil. Und die Yang. Und die Yang. Guck mal, wird Plastik hier drin. Interesting. Guck mal, wie die aufgebaut sind. Aha, aha. Das ist ja höchst interessant. Ja, höchst interessant. Oh, Alter. Oh. Natürlich. Uh. Oh. 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 2,99 Euro und der Überraschungseffekt ist auf eurer Seite, Leute. Kaufempfehlung. Beiderseits. Fett. Fett.